Hallo liebe Tanzfans! Am nächsten Donnerstag, den 30. April, komme ich quasi virtuell per Online-Stream zu euch ins Wohnzimmer und dann feiern wir gemeinsam den Distanz in den Mai. Ich habe ein tolles Tanzprogramm vorbereitet, das wird euer Zuhause zu einem richtigen Ballsaal machen. Macht euch also schick, holt die Fliege raus, Petticoat oder was man auch immer so trägt, schöne Tanzschuhe an, Flasche Sekt dazu, Häppchen und dann tanzen wir gemeinsam in den Mai. Ich freue mich schon sehr drauf!